so hallo und herzlich willkommen guten morgen hier zu unserem kleinen live stream im vhb kurs mobile apps für android ich hoffe sie können mich sehen verstehen hören und ich hoffe dass die technischen probleme aus der letzten woche jetzt verschwunden sind und wenn sie lust haben können sie wie immer auch kurz hallo in den chat reinschreiben dann weiß ich dass sie da sind und dann können wir auch direkt loslegen mit dem was wir heute vorhaben ich würde zu beginn wieder ein paar kleine organisatorische hinweise oder dinge mit ihnen durchgehen dann sprechen wir kurz über die aktuelle übungsaufgabe die glaube ich jetzt gleich dann in ilyas freigeschaltet wird und dann machen wir weiter mit dem unit converter und schauen uns vor dem hintergrund dann noch mal ein paar dinge tatsächlich an die wir in der letzten woche nicht durchgehen konnten jetzt warte ich nur noch mal ganz kurz ob vielleicht doch irgendjemand von ihnen kurz hallo in den chat reinschreibt nicht dass es irgendwelche probleme wieder gibt okay passt also sie hören mich sie sehen mich und wir können loslegen organisatorische dinge denken sie an die klausur alles was sie wissen müssen bezüglich anmeldung und so war es müsste mittlerweile im discord stehen ich würde nur noch mal sie daran erinnern dass es im ilyas kurs die möglichkeit gibt so eine kleine probe klausur zu machen und das würde ich jetzt einfach mal jedem ans herz legen das auszuprobieren dann wissen sie wie das ganze technisch funktioniert und sie haben auch schon ersten überblick darüber wie das ganze inhaltlich ausschauen wird beziehungsweise ausschauen könnte für die klausur auch noch der hinweis für die externen studierenden denken sie spätestens jetzt daran sich diesen account zu holen an der uni regensburg auch da finden sie die links im discord beziehungsweise im ilyas forum wie sie den bekommen den brauchen sie unbedingt am tag der klausur damit sie in das prüfungssystem der uni regensburg reinkommen dann weitere organisatorische hinweise die projekte stehen jetzt zwar noch nicht vor der tür aber wir bereiten diese langsam vor und sie haben jetzt noch bis glaube ich morgen wenn ich das richtig in erinnerung habe zeit in seiner ersten phase die gruppe anzugeben mit der sie gerne dieses projekt bestreiten möchten das machen sie einfach über den entsprechenden eintrag im ilyas kurs wenn sie das noch nicht gemacht haben dann holen sie das bitte schnell nach das muss nur einer pro gruppe machen und falls sie irgendwie der einträge gemacht haben und es hat sich jetzt noch herausgestellt dass jemand dazu kommt oder dass sie vielleicht irgendwie vergessen haben jemanden in die gruppe mit aufzunehmen dann schreiben sie mir einfach kurz im discord dann weiß ich bescheid mit wem sie da zusammenarbeiten wollen wir werden dann wahrscheinlich übers wochenende oder am montag für jede gruppe die sich angemeldet hat im discord einen kleinen kanal einrichten so dass sie sich da unterhalten können und wir uns auch mit ihnen austauschen können und da können sie dann diesen kleinen pitch vorbereiten also diese projektbeschreibung die vorlage finden sie schon im ilyas kurs und die reichen sie dann auch innerhalb der vorgesehenen frist ich glaube sie haben da wieder zwei wochen zeit ein und dann sagen wir ihnen am ende ob sie das projekt sowie vorgestellt bearbeiten können und wenn dann alles ok ist können sie nach der klausur also anfang august direkt anfangen das projekt auch zu implementieren gibt es von ihrer seite zu diesen themen klausur und projekt vorbereitung im moment irgendwelche fragen die wir vielleicht jetzt kurz beantworten sollten also falls sie da irgendwie fragen haben schreiben sie die gerne in den chat ich würde währenddessen kurz weiter mit den organisatorischen sachen machen es gibt nämlich noch ein bisschen was zu sagen kann man sich schon für die prüfung in flex now anmelden ich habe die termine im discord gepostet ich glaube das ist jetzt anfang juli also es kann sein dass es ab montag oder so ist aber ist jetzt auf jeden fall im moment möglich oder bald möglich in den nächsten tagen schauen sie einfach noch mal in den discord rein was ich da geschrieben habe da finden sie die flex now zeiten das bezieht sich jetzt auf regensburg und die medieninformatik und die informationswissenschaft also die stehen auf jeden fall im discord da finden sie die zeiten weiterer ablauf vom kurs wir haben jetzt noch zwei wochen nach dieser in denen wir uns hier gemeinsam beschäftigen werden mit inhalten ich habe schon gesagt es driftet jetzt so ein bisschen auseinander was sie in der vorlesung in anführungsstrichen theoretisch sich anlesen und was wir jetzt irgendwie praktisch noch machen wir werden auf jeden fall in den streams und in der übungsaufgabe jetzt noch mal sie ein bisschen auf die projekte vorbereiten praktisch nehmen sie trotzdem die dinge war die jetzt vielleicht noch veröffentlicht werden als foliensätze das sind auch irgendwie kontextinformationen die für den kurs relevant sind vielleicht jetzt nicht so relevant für die projekte und die prüfung aber versuchen sie das trotzdem sich anzueignen dann was den den weiteren ablauf vielleicht noch bezüglich der der übung ganz konkret angeht wir haben jetzt noch einmal eine etwas größere übungsaufgabe für sie vorbereitet die zeige ich ihnen auch gleich und geht ja mal ein paar sachen mit ihnen durch dann werden wir in der letzten woche vom kurs in den übungen die projekte vorbereiten das heißt es wird in der vorlesung in anführungsstrichen vorlesung und im stream so ein bisschen theoretisch über versionskontrolle und allgemein über die zusammenarbeit innerhalb des teams gehen wenn sie jetzt mit mehreren leuten diese android app bauen und in den übungen werden wir dann auch mal das vertiefen und ihnen nicht mehr irgendwas android spezifisches zeigen sondern wir werden sie da dann so ein bisschen darauf vorbereiten wie sie ganz konkret technisch auch zusammen arbeiten können und da ihr projekt entsprechend in der halb der vorlesungs freien zeit bestmöglich auch in dieser remote situation implementieren können also das so zum weiteren ablauf vorlesungs material ist jetzt ein bisschen theoretischer wir haben eine große übung noch die wir gleich gemeinsam durchgehen streams machen wir weiter praktische arbeit und in der letzten woche geht es dann vor allem um die vorbereitung der projekte dann letzter organisatorischer hinweis ich poste auch noch mal den link dazu in den chat rein wir haben vor einiger zeit schon etwas umfangreichere studie hier mit einigen von ihnen durchgeführt da ging es um so ein plug in für die android studio entwicklungsumgebung die ihnen dabei hilft bestimmte debugging strategien sich anzueignen wenn sie möchten können sie jetzt noch mal einer sehr kurzen studie teilnehmen in der es einfach nur um ihre persönliche einschätzung dieser dieses plugins geht und wenn sie uns den gefallen tun möchten dann können sie auf diese webseite gehen das alles vorbereitet sie laden sich dann ein android studio projekt runter installieren sich dieses plug in und dann versuchen sie da ein bisschen mit zu arbeiten es geht ganz konkret herum dass wir ihnen das erstellen von debugging strings ein bisschen erleichtern möchten und wenn sie sich da eine halbe stunde damit beschäftigt haben dann können sie uns noch mal qualitatives feedback zu diesem plug in geben oder würden wir uns sehr darüber freuen und für die studierenden in regensburg mi und iw gibt es dann auch entsprechend versuchspersonenstunden ok soviel zum organisatorischen teil dann übungsaufgabe in dieser woche nochmal die übungsaufgabe ist nicht gestern veröffentlicht worden ich glaube da ist noch so ein nicht freigeschalteter link in ilyas der müsste jetzt dann gleich freigeschaltet werden oder nach dem stream schalte ich den frei warum wir das noch nicht freigeschaltet haben ist weil ich ihnen gerne vorher ein paar informationen geben möchte und weil wir gestern noch ein bisschen was da technisch für sie vorbereitet haben weil das jetzt in der letzten offiziellen übung eine etwas größere anwendung ist wir möchten ihnen hier noch einmal die möglichkeit geben relativ viel auszuprobieren und eine halbwegs komplexe anwendung zu implementieren die wir dann auch in der übung mit ihnen durchgehen werden was machen wir ich zeige ihnen mal ganz kurz das hand out wir oder sie vor allem implementieren eine android app mit der man audio bücher sich anhören kann was ist die grundsätzliche idee von der app wir haben auf einem server informationen über audiobooks also so audio hörbücher hinterlegt informationen heißt titel autor autorin beschreibung einen fahrt zu einem cover bild und fahrt zu einer mp3 datei und sie bauen daraus eine android app die diese ganzen hörbücher anzeigt und die es den nutzern und nutzerinnen erlaubt diese hörbücher abzuspielen das schaut dann im ergebnis so aus wie sie jetzt hier sehen also wir haben so eine liste von hörbüchern mit einem cover mit meta informationen auch die zeit wie lang dieses hörbuch ist es sind nicht die ganzen hörbücher sind rechte frei eingelesene kapitel aus diesen büchern die wir für sie vorbereitet haben und die werden in dieser liste dargestellt dazu ist zu sagen dass wir was das user interface angeht für sie relativ viel vorbereitet haben und wir haben auch eine klasse vorbereitet mit der sie diese audio books innerhalb ihrer anwendung repräsentieren können zeige ich ihnen gleich ich sage ihnen aber schon mal dass das ganz eine ganz einfache java klasse ist die den titel autor autorin beschreibung als string hält die diese zeit als zahl hält und die diese beiden verweise auf das cover und was man jetzt in dieser übersicht nicht sieht die mp3 datei die den eigentlichen content darstellt beinhaltet wir haben für sie auch vorbereitet eine kleine klasse mit einer methode in der diese informationen vom server schon heruntergeladen werden ich zeige ihnen das mal ganz kurz auf dem server liegt so eine datei so eine jason datei das kennen sie mittlerweile ja auch schon aus dieser em aufgabe da sind die ganzen informationen zu den einzelnen zu den einzelnen hörbüchern aufgelistet also hier irgendwie tom sawyer die schatzinsel peter pan gulliver's reisen und alice im wunderland alles fest in dieser jason datei enkodiert diese jason datei die wird auch schon heruntergeladen oder die kann heruntergeladen werden mit einer klasse die wir für sie vorbereitet haben und in der audio book datei oder in der audio book klasse die wir für sie vorbereitet haben gibt es eine methode mit der sie aus dieser jason datei eine array list an audio books generieren können ihre erste aufgabe in dieser übungsaufgabe ist es genau das zu tun direkt am start der anwendung diese jason datei herunterzuladen und sich dann erstmal diese ja liste an audio books zu generieren erst mal nur im code ohne dass man irgendetwas sieht sie generieren sich eine array liste aus aus audio books dann bauen sie darum vielleicht eine kleine container klasse mit der man diese liste verwalten kann und ihr erste ihr erstes ziel ist es diese audio books erst mal nur darzustellen sollen erst mal nur diese liste generieren und sie sollen sich vor dem hintergrund dann nochmal mit dem recycler view und mit den entsprechenden adaptern und view holdern beschäftigen wir haben für sie das layout vorbereitet also alles was sie hier sehen liegt als xml dateien schon vor dieser recycler view der wird auch schon so am anfang konfiguriert dass der die elemente richtig anzeigt wenn sie den richtigen adapter implementieren und das erste zwischenziel ist dass ihre app so ausschaut also sie beschäftigen sich erstmal noch mit dingen die sie kennen nämlich diesem recycler view und den entsprechenden adaptern und sorgen dafür dass die liste an audio books die sie vom server geholt haben dann hier dargestellt wird in der ersten activity erstes ziel dann wollen wir dass die nutzer und nutzerinnen eins dieser audio books auswählen können und das abspielen können und das abspielen findet in der zweiten activity statt deshalb müssen wir von dieser activity in diese wechseln und ihre zweite aufgabe wird es sein die klicks auf die einzelnen items abzufangen das machen wir so ähnlich wie zum beispiel in der taschenrechner aufgabe der lösung die wir für sie bereitgestellt haben dass in dem view holder ein klick listener gesetzt wird der view holder gibt es weiter an den adapter der adapter stellt fest welches audio book angeklickt worden ist und der gibt es dann weiter an die activity die aktive die weiß dann welches audio book ausgewählt worden ist und kann die andere activity per intent starten also auch noch was was sie schon kennen und was dann dafür sorgen soll dass diese zweite activity erstellt wird dann müssen sie sich darum kümmern dass hier auch wieder das user interface entsprechend realisiert wird und implementiert wird auch hier wieder xml dateien sind vorhanden aber sie müssen sich natürlich um die interaktion kümmern ich kann irgendwie das nächste und das übernächste audio book auswählen ich kann das playback pausieren ich werde vielleicht informiert darüber welche an welche stelle ich gerade bin in dem diese siegbar entsprechend aktualisiert wird das sind alles dinge die zum teil am anfang implementiert werden können also die listen da können sie zum beispiel schon setzen und andere dinge funktionieren erst wenn sie das eigentliche audio abspielen tatsächlich gesetzt haben das ist dann auch der nächste schritt wenn diese zweite activity auf ist dass sie sich damit beschäftigen wie eigentlich die die sound abgespielt wird und da können beschäftigen sie sich einmal mit einer neuen sache nämlich mit dem media player das ist so eine vorgegebene klasse in android die das abspielen von audio dateien musik oder jetzt in diesem fall hörbüchern erlaubt und sie verbinden da das user interface mit den entsprechenden funktionen von diesem audio player sie wissen welches audio book abgespielt werden soll wenn auf die play taste gedrückt wird nutzen sie den media player um dann die entsprechende datei abzuspielen es gibt an der stelle jetzt noch eine besonderheit die sie beachten müssen und zwar benutzen wir dateien und inhalte die nicht auf dem rechner auf dem smartphone liegen per se die werden nicht mitgeliefert sondern die liegen auf einem server was sie bekommen und was in dem audio book in der klasse gespeichert ist ist immer nur eine url zu zum beispiel hier diesem cover bild und hier dieser mp3 datei und immer wenn sie diese inhalte in ihrer anwendung brauchen müssen sie die eigentlich herunterladen und dann irgendwie mit ihrer anwendung verbinden also müssten irgendwie dieses cover bild herunterladen das abspeichern und dann in dem recycler view in dem adapter beziehungsweise view holder irgendwie referenzieren das ist ein bisschen aufwendig und deshalb zeigen wir ihnen in dieser aufgabe eine android library oder eine komponente nämlich glide mit der sie das sehr sehr einfach machen können was macht glide glide kombiniert zwei dinge nämlich das handling von externen daten irgendwelchen zb in unserem fall jetzt bild dateien oder auch diesen audio dateien die auf dem server liegen das herunterladen von diesen und das verbinden oder verwenden von diesen heruntergeladenen dateien mit einem bestimmten ui element oder mit diesem media player das heißt wenn wir diese glide library einwenden müssen wir uns nicht mehr selber um das handling von dem herunterladen kümmern sondern wir sagen nur das ist hier schon mal angedeutet in dem handout lade bitte dieses bild herunter das sich hinter dieser url verbirgt und wenn du damit fertig bist dann bearbeitet das noch ein bisschen dieses center crop und setzt das dann vor allem als inhalt von einem vorher referenzierten image view das heißt sie können an den stellen wo sie mit diesen externen daten arbeiten müssen das ist einmal dieses anzeigen im image view und das abspielen der audio dateien sich auf diese library verwenden zurückführen auf diese library verlassen und die anwenden und wir zeigen ihnen das deshalb und wir haben ihnen ja auch den code aufgelistet und wir zeigen ihnen auch ganz viele dinge bezüglich dieses media players weil wir davon ausgehen dass das vielleicht dinge sind die später in den projekten relevant sein könnten also wir zeigen ihnen hier schon mal so ein bisschen dinge die in die richtung deuten wie man das später in den projekten machen sollte also nicht irgendwie erschrecken dass das irgendwie eine super komplexe aufgabe ist es ist eine super komplexe aufgabe gegenüber den sachen die wir vorher gemacht haben aber wir zeigen ihnen im rahmen von dieser aufgabe auch wie sie dinge die auf den ersten blick komplex erscheinen mit ein paar hilfsmitteln relativ einfach erledigen können wenn sie soweit sind dass dann tatsächlich sound abgespielt wird dann haben wir noch ein paar erweiterungen oder ergänzungen vorgeschlagen um die sie sich kümmern können nämlich zum beispiel dieses hin und her schalten zwischen den audiobooks innerhalb dieser ansicht muss man sich dann noch ein bisschen damit beschäftigen wie diese audiobooks in der app abgebildet werden wir schlagen dass einen manager vor der die verwaltet und der dann immer das nächste beziehungsweise vorherige audiobook liefert und was ganz wichtig ist wenn man das ganze produktiv einsetzen möchte das auslagern von diesem abspielen der audiobooks in einen service denn sie können sich sicherlich denken das ist so ein paradebeispiel für eine anwendung die größtenteils im hintergrund vielleicht stattfindet denn wenn ich hier mir mal was ausgesucht habe und das hohe hörbuch irgendwie abgespielt habe dann mache ich vielleicht das display aus weil ich irgendwie dabei einschlafen möchte oder ich stecke die kopfhörer ein weil ich mir das irgendwie beim spazierengehen anhören möchte was auch immer aber ich werde wahrscheinlich nicht die ganze zeit auf dieses display schauen möchten und dementsprechend wenn ich hier an dieser stelle angekommen bin dann macht es sehr viel sinn oder ergibt es sehr viel sinn das ganze in so einen service in den hintergrund auszulagern und das sind diese erweiterungen die wir ihnen da noch vorschlagen und die sie dann als letzte stelle in dem handout finden das erst mal so als grobe übersicht wenn sie möchten ich zeige ihnen ganz kurz noch mal den den starter code den wir für sie vorbereitet haben oder damit sie da auch kurz an den überblick haben ich bin jetzt hier in dem starter paket was was sie auch gleich herunterladen können wie gesagt alle layout dateien sind vorgegeben wir haben die gradle datei so für sie konfiguriert dass sie alles benutzen können was sie benutzen müssen wir haben ihnen hier in diesem in dieser klasse api request eine methode vorgegeben mit dem sie mit der sie und das wird in dem handout noch mal genauer erklärt diese diesen jason string der die audiobooks beschreibt herunterladen können wir haben ihnen die klasse audiobook vorgegeben die ein einzelnes hörbuch repräsentiert da müssen sie nichts mehr ändern da gibt es diese methode mit der sie aus dem heruntergeladenen jason string eine liste an audiobooks generieren können und wir haben die beiden aktivities vorgegeben die zwar noch nicht vollständig implementiert sind aber in denen sie dann anfangen können ihre eigenen implementierung vorzunehmen ganz kurz noch ein hinweis hier in der haupt activity da wird dieser recycler view in dem die audiobooks angezeigt werden den initialisieren wir schon nicht weil wir nicht glauben dass sie das nicht selber können also das kriegen sie schon hin aber wir machen hier zwei sachen die wichtig sind einmal setzen wir einen layout manager das kennen sie glaube ich schon dieser recycler view der funktioniert immer nur wenn man auch einen layout manager setzt damit er weiß wie er denn die items anzeigen soll in diesem fall ein linear layout manager die elemente werden einfach untereinander angezeigt kurzer hinweis in der taschenrechner aufgabe nutzen wir zum beispiel ein recycler view mit einem grid layout manager weil wir die knöpfe in so einem gitternetz anzeigen möchten und was wir auch noch machen ist wir setzen so eine item decoration für den recycler view und das ist so ein paket an informationen die der recycler view mitbekommt und die es ihm erlaubt jedes element nochmal besonders zu gestalten das benutzt man vor allem dann wenn man zum beispiel zwischen den einträgen eines recycler views vielleicht einen bestimmten abstand einhalten möchte oder vielleicht irgendwie eine trennlinie oder sowas einzeichnen möchte das funktioniert mit dieser item decoration wird im recycler view gesagt wir ganz über kann man auch wörtlich übersetzen jedes item über dessen eigentlichen erscheinungsbild hinaus nochmal dekorieren soll bevor es dann in dem user interface angezeigt wird ok das war es jetzt aber glaube ich zu der zu der übungsaufgabe erstmal und wir können jetzt langsam uns mit dem beschäftigen was wir eigentlich machen wollen ganz kurz vielleicht bevor wir das machen ihre einschätzung ich habe ihnen jetzt die übungsaufgabe gezeigt auf einer skala von 1 werde ich nicht schaffen zu 5 habe ich heute abend schon erledigt was ist so ihrer einschätzung von der übungsaufgabe das was erwarten sie haben sie irgendwie besorgnis dass sie das nicht hinkriegen oder kriegen sie das hin ich glaube da sind sie jetzt ein bisschen zu pessimistisch ich glaube dass das kriegen sie schon ganz gut hin vielleicht nicht unbedingt in einem tag aber ich bin mir ganz sicher dass sie das gut hinkriegen vielleicht ein letzter hinweis noch dazu sie haben jetzt gesehen das ist relativ umfangreich und sie können sich vielleicht schon vorstellen dass das in so einer stunde oder in 45 minuten in der übung nicht so wirklich besprochen werden kann und was wir uns jetzt überlegt haben ist dass wir in der nächsten woche immer zwei übungsgruppen zusammensetzen werden also dass wir dann ein bisschen mehr zeit haben und dann die aufgabe auch in ruhe durchgehen können also das schon mal ein hinweis wie wahrscheinlich die übungen in der nächsten woche ablaufen werden und ich bin mir ganz sicher dass sie da wenn sie sich das noch mal in ruhe anschauen vielleicht mindestens bei einer drei was ihre persönliche einschätzung ein angeht landen werden okay dann würde ich sagen machen wir jetzt aber weiter mit unserer unit converter aufgabe ich würde gerne mit ihnen heute noch mal ein bisschen über fragments reden und vor allem aber auch mir ein konzept überlegen mit ihnen oder ihnen konzept zeigen wie man diese diesen logischen teil der anwendung nämlich das abbilden von diesen einheiten und das konventieren von diesen einheiten vielleicht zum beispiel mit ihnen es wissen genums ich bin ein großer enum fan und finde das ist eine der tollsten sachen die es in java gibt und ich zeige ihnen mal wie man aus meiner perspektive mit enums diesen diesen problem sich irgendwie nähern kann vorher müssen wir aber noch mal über fragments reden weil die lösung die ich ihnen zuletzt vorgestellt habe die funktioniert zwar und ich bin immer noch der meinung dass das gar nicht so eine schlechte idee ist aber ich habe ja schon letzte woche im discord angekündigt oder nach dem stream geschrieben dass man das vielleicht auch ein bisschen besser machen kann dass man gerade im kontext von fragments ein bisschen vorsichtiger mit diesem konstruktor sein muss den wir da nicht missbraucht haben aber den wir vielleicht auf eine art und weise verwendet haben der in anderen kontexten die in anderen kontexten ein bisschen gefährlicher sein könnte damit sie jetzt überhaupt wissen wovon ich rede poste ich noch mal den den link zu den beiden relevanten projektständen einmal den lösungsvorschlag auf den wir jetzt heute hinarbeiten den habe ich noch mal ein bisschen verbessert an verschiedenen stellen ich habe ein bisschen farbe ins user interface gebracht und ich habe dieses handling von den fragments ein bisschen angepasst und wenn sie jetzt mitmachen möchten dann finden sie in dem zweiten link den stand den wir zuletzt erreicht haben mit diesen drei fragments und dem base fragment und davon ausgehend würde ich jetzt gerne weitermachen und mit ihnen gemeinsam den rest der anwendung implementieren schauen wir mal rein haben sie wenn sie mitmachen möchten dass das starter paket schon offen schreiben sie mal in den chat rein ob sie schon soweit sind was hatten wir zuletzt erreicht also wir haben uns mit dieser aufgabe beschäftigt ich starte die vielleicht auch mal im emulator während ich noch ein bisschen darüber rede was wir eigentlich erreicht haben wir haben uns letztes mal vor allem mit diesen drei fragments beschäftigt die idee war ja so einen einheiten converter zu bauen und wir haben uns überlegt dass man mindestens drei verschiedene kategorien an einheiten hat die dann innerhalb dieser kategorien es erlauben werte umzuwandeln wir haben ich habe festgelegt einfach dass wir mit längeneinheiten mit masse und mit zeit arbeiten und ich habe ihnen vor diesem hintergrund diese bottom navigation gezeigt die man in android verwenden kann um zwischen verschiedenen hauptbereichen wenn sie so wollen der anwendung aufzuschalten wir haben gelernt dass man dafür zum einen erstmal so ein menü braucht dass man muss ganz kurz meinen cursor finden sehen sie mich noch oder hat jetzt irgendwie meine grafikkarte den stream unterbrochen schreiben sie mal kurz in den chat rein ob sie mich wieder sehen und hören können aber wir sehen keinen emulator ich probiere jetzt noch mal aus den emulator zu starten und schau mal was passiert das müssen wir da vielleicht etwas anderes überlegen ich glaube jetzt recht sich gerade dass ich mir herausgenommen habe in diesen zeiten eine neue grafikkarte zu kaufen die wird jetzt hier irgendwie meinen rechner kaputt machen schauen wir mal ob es jetzt funktioniert ok das schaut sehr gut aus keine treiber fehler und wir sehen die app wieder und ich kann jetzt wieder ein bisschen was dazu erzählen was ich eigentlich meine wie gesagt leider nicht wir haben diese app aufgeteilt in diese drei bereiche für die länge die zeit und die in die masse und die idee war dass wir unten diese bottom navigation haben und dass wir dieses handling von den umrechnungen der einheiten in drei fragments implementieren die dann jeweils hier in der activity in diesem hauptbereich angezeigt werden der zum moment natürlich noch leer ist weil wir da das user interface der fragments noch nicht richtig implementiert haben unser ansatz war dass wir zuerst in so einem menü zeige ich ihnen ganz kurz hier diese bottom navigation abgebildet haben also menü heißt erstmal in android nur so eine reihenfolge an items die man hier aufgelistet hat das kann dann zum beispiel über so eine bottom navigation gerendert werden es kann aber auch über irgendeine andere user interface komponente die vielleicht solche menüstrukturen rendern kann angezeigt werden also zum beispiel so einen tab view den man auch kennen denen vielleicht eher am oberen bereich der activity angezeigt wird das ist erstmal nur eine auflistung von möglichen items die irgendwo in einer strukturierten art und weise dargestellt werden und da haben wir diese drei elemente für länge zeit und masse ausgewählt dann haben wir uns mit diesem konzept von navigation beschäftigt und wir haben die fragments die in unserer anwendung aufgetaucht sind oder auftauchen sollen in diesem weiteren xml file abgebildet haben da gesagt das hier ist irgendwie unser fragment für die längen das ist unser fragment für die zeit und das ist das fragment für die masse die basieren alle auf diesem layout haben ein bestimmtes label und wir haben auf die klasse des fragments verwiesen das hier verwendet werden soll um das ganze zu rendern und wir haben dann in der activity das war etwas schwierigere geburt das ganze verbunden und wir haben das gemacht weil wir dieses hin und her schalten zwischen den einzelnen fragments nicht selber implementieren möchten wir haben da diesen navigation controller verwendet haben dem gesagt hier ist die bottom navigation bar hier ist die app bar bitte benutze jetzt irgendwie diese anzahl an fragments die ich in der navigation definiert habe um dafür zu sorgen dass wenn hier drauf geklickt wird das entsprechende fragment hier angezeigt wird und das label von dem fragment hier oben in der action bar angezeigt wird und damit haben wir das handling oder die navigation innerhalb unserer anwendung realisiert ganz kleiner hinweis noch das hier ist eine relativ also das ist eigentlich keine navigation das ist einfach nur eine liste von fragments die in unserer anwendung auftauchen kann da sind noch nicht irgendwelche fade angegeben dass ich zum beispiel von diesem fragment nur in dieses wechseln kann oder dass es vielleicht hier nochmal irgendwie eine unter kette an fragments gibt die dann irgendwie danach geschaltet sind und wenn ich hier drin bin navigiere ich dann in die eine richtung zu dem fragment und wenn ich hier bin navigiere ich vielleicht zu einem anderen fragment wenn ich weiter schalte das sind dinge die man abbilden kann haben wir jetzt in dieser anwendung nicht gemacht aber wenn sie zum beispiel mal in die design ansicht schauen dann sehen sie das schaut jetzt hier ein bisschen anders aus als bei den layout dateien es gibt die möglichkeit dass sie diese verzweigung innerhalb ihrer anwendung also das ist zum beispiel von diesem navigation length fragment zu dem mass fragment gehen soll hier auch direkt abbilden können über so einen grafischen editor das mache ich jetzt mal direkt rückgängig ich zeige ihnen nur das hier das ist die stelle wo sie diesen diese verläufe innerhalb ihrer anwendung welcher bildschirm wird nach welchem bildschirm angezeigt wie verhält sich da irgendwie das back und vor oder next navigation innerhalb ihrer anwendung das können sie hier auch grafisch festlegen also alles das was man hier in der xml datei über irgendwelche attribute und kindelemente anzeigen kann 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 man hier in der grafischen ansicht sich auch so schön über diese pfeile zusammen reiben brauchen wir hier nicht in dieser anwendung aber ich habe ja am anfang gesagt wir bereiten sie so ein bisschen auf die projekte vor das ist was sie vielleicht auch in den projekten benutzen können irgendwie eine komplexe navigation kann ja sein dass sie irgendwie eine app idee haben die vielleicht in größere hauptbereiche wie hier aufgeteilt ist und innerhalb der hauptbereiche gibt es dann vielleicht noch weitere unterteilungen und das könnte man dann über solche navigations lösen okay was haben wir weiter gemacht wir haben dafür gesorgt dass über dieses ganze navigation prinzip dann die unterschiedlichen fragments aufgerufen werden wir haben so einen base fragment verwendet als vorlage der plan war hier alles generische zu implementieren also das initialisieren von den verschiedenen user interface elementen von dem recycler view für das anzeigen von den resultaten und dann drei spezifische klassen zu erstellen längs fragment mass fragment und time fragment in denen nichts anderes passiert als im konstruktor dieses fragments auf den typ von einheit zu verweisen also länge masse oder zeit der hier gerendert werden soll also wir haben uns überlegt das ist das einzige was diese fragments unterscheidet um welche einheiten geht ist und das versuchen wir irgendwie dann als spezifische eigenschaft die im konstruktor von diesem fragment verwendet wird irgendwie hin zu bekommen das funktioniert aber es gibt so ein paar dinge die man dabei beachten muss und das ist die das so parametrisierte konstruktoren oder das aufrufen von konstruktoren von fragments mit parametern keine so tolle idee ist das brauchen wir in dieser anwendung nicht weil wir könnten zum beispiel sowas machen ich zeige kurz so ein bisschen wie ich mir das vorstellen würde ich gehe hier in das base fragment ich erstelle den konstruktor public base fragment und dann übergebe ich dem irgendein parameter string quantity vielleicht also geht es um masse geht es um zeit oder geht es um um längenangaben in dem entsprechenden fragment was hier erstellt werden soll das wird später kein string sein sondern natürlich irgendwie ein enum wert oder so und dann könnten wir auf der basis von diesem wert den wir uns hier vielleicht irgendwie zwischenspeichern private string quantity quantity beim initialisieren on create view von diesem fragment auf der basis von diesem wert der an den konstruktor übergeben worden ist dann die richtigen elemente für dieses drop down menü auswählen und dann unser fragment für die verwendung von diesen einheiten entsprechend gestalten und wir könnten dann in dem in den entsprechenden spezifischen fragments einen konstruktor ergänzen der hat dann keine parameter braucht er nicht immer wenn ein längs fragment initialisiert werden soll soll der super konstruktor aufgerufen werden mit irgendwie so einem string längs einfach der verweis es handelt sich hierbei um ein fragment was längenangaben anzeigen soll das könnten wir jetzt in jedem von diesen fragments ergänzen public mass fragment kein parameter super konstruktor wird aufgerufen mit einem verweis darauf dass sich um ein fragment für die masse handelt und hier genauso ups time fragment kein parameter und dann dieser aufruf solange sie das so machen ist es halbwegs in ordnung also wir haben hier ein base fragment das ist abstract das kann nicht initialisiert werden von sich selber und wir haben in den spezifischen fragments immer dafür gesorgt dass es keinen parameter an den konstruktor gibt sondern dass immer wenn so ein fragment erstellt wird über das harte enkodieren des parameters für den super konstruktor klar ist was passieren soll warum reite ich so dabei darauf rum sie erstellen normalerweise innerhalb ihres codes nicht selber diese fragments sie lassen das android machen das heißt der moment an dem der konstruktor von so einem fragment aufgerufen wird oder diesen moment den verwalten sie nicht selber und wenn sie jetzt mit irgendwelchen parametrisierten konstruktoren arbeiten dann kriegen sie diese werte da nicht rein also wenn sie hier zum beispiel string test oder sowas eine parameter haben wollen würden dann können sie sich nicht darauf verlassen dass das irgendwie korrekt stattfindet dieses erstellen von dem fragment weil wenn sie sich jetzt mal in unserem code umschauen wir haben nirgendwo diesen konstruktor aufgerufen wir haben android nur gesagt hier das sind unsere fragments so schauen die aus macht bitte hier unten irgendwie was mit der navigation sorgt dafür dass wenn ich hier drauf klicke das richtige fragment angezeigt wird aber so einen expliziten call von dem konstruktor dieses fragments den finden sie im code nicht deshalb wichtiger hinweis lieber darauf verzichten also grundsätzlich darauf verzichten parameter in den konstruktoren der fragments zu verwenden das können sie nicht sicherstellen dass sie dann richtig aufgerufen werden und im idealfall vielleicht sogar irgendwie darauf verzichten dass überhaupt irgendwas im konstruktor der fragments passiert das würde ich jetzt in dieser aufgabe so wie wir es jetzt geplant haben noch akzeptieren aber ich habe mich da auch eines besseren belehren lassen grundsätzlich wäre das vielleicht nicht schlecht das zu vermeiden jetzt haben wir aber den fall dass selbst wenn wir das irgendwie vermeiden möchten und selbst wenn wir sagen wir haben immer das gleiche fragment wir lassen diese ganze vererbungsgeschichte raus wer trotzdem jedes mal wenn eins dieser eines dieser drei elemente aufgerufen werden soll wo ist denn jetzt mein emulator hin also wenn hier länge zeit masse angezeigt werden soll wir irgendwie gerne diese information mit geben würden wir würden gerne sagen wenn jetzt dieses spezifische fragment aufgerufen wird dann benutzt doch bitte die einheiten für die zeit oder hier die für die masse und hier die für die länge und das kriegen wir hin da gibt es in android einen mechanismus der das relativ einfach erlaubt und den zeige ich ihnen jetzt ganz kurz ich baue jetzt mal ein bisschen was um in unserem code ich würde nämlich gerne nicht mehr diese vererbung verwenden für längs maß und time fragment sondern ich möchte nur noch dieses base fragment verwenden ich möchte jedes mal das gleiche fragment oder ich möchte jedes mal wenn hier ein neues fragment angezeigt wird soll das auf der gleichen klasse basieren und ich möchte nur dafür sorgen dass das jeweils mit einem anderen startwert initialisiert wird und ich möchte dabei nicht den konstruktor verwenden ich möchte irgendwie android davon überzeugen dass wenn es über die navigation eins dieser fragments öffnet ich bestimmen kann dass irgendwo bei diesem vorgang eine information übergeben wird auch wenn ich selber ja gar nicht im code der steuere die es mir dann wiederum innerhalb dieses fragments erlaubt zu bestimmen welcher ja welche art von von einheit oder welche art von umrechnung jetzt an dieser stelle tatsächlich relevant ist das versuchen wir jetzt zu erreichen und ich zeige ihnen wie sie das auch wieder über diese xml dateien machen können das heißt hier wieder wenn sie so eine xml basierte navigation von fragments haben trotzdem noch die möglichkeit haben für jedes dieser fragments nochmal so ein spezifisches set an attributen oder argumenten für deren initialisierung zu übergeben und das machen wir jetzt noch und dann schauen wir uns an wie wir da eigentlich mit den einheiten umgehen denn sie werden gleich merken wir kommen hier irgendwann bezüglich des user interfaces nicht weiter wenn wir uns nicht mal grundlegend damit beschäftigen was denn eigentlich für einheiten unserer anwendung hier relevant sind aber lassen sie uns das jetzt erstmal machen ich mache jetzt hier tabula rasa ich lösche hier diese längs maß und time fragments wohlwissend dass das ein paar probleme in meinem code verursachen wird ja delete anyway dann nehme ich mir mein base fragment das soll nicht mehr abstract sein das wird jetzt die klasse für jedes dieser fragments sein und dann ist das auch nicht mehr ein base fragment sondern das ist das zum beispiel wenn ich das jetzt für jedes jeden dieser bereiche verwenden möchte irgendwas anderes das ist dann vielleicht das ein calculator fragment ich mache jetzt ein fragment das dieses umrechnen von einheiten repräsentiert und ich sorge dafür dass immer wenn so ein fragment erstellt wird ich irgendwie mitbekommen ja welche welche art von von einheiten jetzt in diesem konkreten in dieser konkreten ausprägung des fragments verwaltet werden so das hier brauche ich alles nicht mehr und ich kann jetzt in meine xml datei schauen in der ich diese fragments ja im rahmen der navigation definiert habe das mache ich hier nein das mache ich hier und ich sage jetzt erstmal dass alle diese drei fragments die im rahmen meiner anwendung relevant sind auf oder auf der gleichen klasse basieren sollen sollen alles alles calculator fragment sein was jetzt in diesem fall bedeuten würde dass ich einfach dreimal das gleiche mache ich kann aber in diesem fragment xml ein ich habe hier ganz kurz weiß nicht wie wie firmen sie jetzt mittlerweile schon in xml sind das hier ist ja diese kurzschreibweise für xml elemente die keinen inhalt haben ein xml element besteht ja aus einem öffnenden und einem schließenden tag und dann dem eigentlichen content oder dem eigentlichen wert des elements wenn da nichts drin steht dann kann man das mit diesem mit dieser kurzschreibweise abkürzen und wenn man dann aber was reinschreiben möchte was wir jetzt tun möchten wir wollen nämlich diesen fragments weitere elemente oder eigenschaften übergeben kind elemente im fall von xml dann machen wir daraus einen ganz normalen öffnenden tag indem wir diesen slash rausnehmen müssen dann aber natürlich daran denken dass wir auch den bewussten end tag setzen und jetzt kann ich hier an dieser stelle ein sogenanntes argument element eintragen und was ich jetzt mache ist ich definiere einen bestimmten wert der wenn dieses fragment erstellt wird auch wenn das automatisch von android passiert diesem fragment mit gegeben wird das ist so ein bisschen was wie diese extras die sie aus den intents können nur dass wir die jetzt nicht im code definieren sondern die wir definieren die hier in der xml datei und das was wir jetzt hier definieren in form von einem namen das ist vielleicht quantity also um was für eine art von einheit geht es dann einem type was für eine was für ein datentyp ist das ich mache das jetzt mal im moment mit einem string ich weiß nicht ob das genau so funktioniert ob ich da nicht den string noch weiter spezifizieren muss aber ich lasse es jetzt mal ganz kurz so und ich gebe einen wert an längs und schließt das an der stelle dann auch wieder ab und das kann ich glaube ich auch wieder mit einem kurzschreibweise abschließen genau ich sage jetzt immer wenn dieses fragment hier aufgerufen wird von android oder erstellt wird es wird nur einmal passieren dann übergibt dieses set an informationen nämlich ein string mit der mit dem wert längs an dieses fragment und speicher das unter einem key up quantity und in dem fragment können wir uns das jetzt auslesen wir können in das calculator fragment reingehen und jetzt können sie an jeder stelle an der an jeder in jeder methode dieses fragments auf die get arguments methode zugreifen und können dann über diesen key den sie hier vergeben haben das ist also dieser name ist ein key sowie sie wenn sie extras in den intent rein speichern ja auch den wert mit einem bestimmten schlüssel versehen damit sie den an der anderen stelle rauslesen können haben sie hier gesagt dieses fragment wenn das über diese navigation gestartet wird kriegt diesen wert übergeben das ist ein string und man kann sich den auslesen über diesen key quantity und da können sie dann über diesen syntax oder diese syntax darauf zugreifen das heißt jedes mal wenn dieses calculator fragment gestartet wird oder wenn wir das verwenden können wir uns theoretisch anschauen mit was für einem argument das initialisiert worden ist und darüber könnten wir jetzt feststellen wenn wir das bei allen fragment zu machen also hier auch nochmal ähm entsprechenden eintrag ergänzen und bei der masse genauso was für ein ganz konkretes fragment wird es an dieser stelle brauchen also wir haben nur noch eine klasse für unsere fragments wir erstellen jedes fragment auf der basis der gleichen klasse damit wir aber unterscheiden können ob jetzt hier längeneinheiten zeiteinheiten oder masseneinheiten umgerechnet werden versehen wir innerhalb der navigation jedes fragment mit so einem argument ein argument ist einfach ein wert von einem bestimmten typ der mit einem schlüssel beschrieben wird und wenn unser calculator fragment dann verwendet wird dann können wir an jeder stelle über die get arguments methode auf dieses set an argumenten was diesem fragment übergeben worden ist zugreifen das passiert dann nicht mehr im konstruktor sondern das passiert über diesen gesicherten life cycle und über diesen weg wie android dann dieses fragment initialisiert auf diese verschiedenen werte zugreifen und können uns zum beispiel wenn wir den schlüssel kennen der in dieser argument liste verwendet worden ist dann hier theoretisch das auslesen das muss man dann wahrscheinlich noch casten wenn man das mal verwenden möchte und dann könnte ich jetzt anhand von diesem string feststellen okay hier geht es wahrscheinlich um massen werte und dann trage ich hier in dieser spinner box kilogramm gramm milligramm und tonne oder sowas ein und wenn jetzt hier dann wert eingetragen wird dann zeige ich hier auch die entsprechenden umrechnungen für die masseneinheiten ein also das so als erster kleiner refactoring schritt war jetzt gar nicht so klein aber das ist eine sichere art und weise wie sie wenn sie diese fragments verwenden möchten innerhalb von so einer navigation deren spezialisierung über solche argumente dann realisieren können kurze frage prinzip so halbwegs verstanden oder prinzip ist vielleicht übertrieben weil da steckt jetzt so viel dahinter was man sich vielleicht in ruhe noch mal anschauen muss aber haben sie ein grobes verständnis davon wie ich von hier nach hier komme also die verbindung zwischen diesen beiden dateien ist ihnen diese halbwegs klar geworden schreiben sie einfach mal ja nein in chat rein ok perfekt auch hier wieder schreiben sie sich das irgendwie auf eine gedachte to do liste oder auf eine gedachte auf ein gedachtes postet drauf das ist was was sie bestimmt je nachdem was sie so in der in ihrem projekt machen möchten vielleicht mal verwenden können also sicherlich was was man in irgendeiner form dann auch in dem projekt noch mal brauchen kann wenn sie eine komplexe anwendung haben die vielleicht eine komplexe navigation erfordert und die dann das ganze auch noch mit fragments löst ich habe jetzt schon mehrfach so angedeutet dass wir irgendwie nicht weiterkommen also wir könnten uns jetzt irgendwie überlegen ich weiß irgendwie diesen string ich weiß jetzt ich brauche irgendwie so ein time fragment oder ein massen fragment oder ein längen fragment können nochmal zeigen gerne können sich ja vielleicht hier an einem beispiel anschauen wir ändern das aber gleich nochmal was die werte angeht denn wir haben im moment ein problem ich kann irgendwie immer noch nicht so hundertprozentig über den eigentlichen inhalt der anwendung reden weil ich noch mir keine gedanken darüber gemacht habe wie ich denn diese einheiten die jetzt irgendwie konvertiert werden sollen tatsächlich in meiner anwendung beschreibe ich habe jetzt hier irgendwie angefangen die kategorie über so einen string zu kennzeichnen das sollte ihnen sofort irgendwie da sollten sie sofort irgendwie aufschreien und sagen das ist keine gute idee das ist ja völlig beliebig irgendwie dass da jetzt einfach nur so ein wort steht und ich habe nirgendwo festgehalten was gibt es denn eigentlich für kategorien was gibt es denn eigentlich für einheiten wie bilde ich einen wert einer bestimmten einheit ab und wie kümmere ich mich dann vor allem um deren umrechnung und das möchte ich jetzt mit ihnen machen ich möchte jetzt kurz mal weggehen von dem user interface sogar kurz auch mal weggehen von android es geht jetzt das was wir jetzt als nächstes machen ist einfach reines java das könnten sie so auch in jeder anderen anwendung verwenden und dann verbinden wir das ganze wieder mit dem user interface weil es soll es erst mal darum gehen dass wir uns nur damit beschäftigen wie wir eigentlich diese einheiten innerhalb unserer anwendung abbilden können und wie wir werte von diesen einheiten vor allem abbilden können das ist was was jetzt in meiner lösung also muss ich vielleicht an der stelle auch sagen ich stelle ihnen jetzt meinen ansatz für diese diese aufgabe vor mein lösungsvorschlag von dem ich glaube dass der halbwegs funktioniert aber ich habe nicht den anspruch dass der der einzig richtige ansatz ist also gerade wenn sie jetzt in im rahmen von dieser challenge selber was programmiert haben und das anders gemacht haben dann ist es nicht schlimm oder falsch sondern das müsste man sich dann noch mal anschauen ob das schlimm oder falsch ist das nur weil es anders ist als das was ich jetzt vorstelle heißt es noch lange nicht dass das dann irgendwie schlechter ist und das meine lösung besser ist deshalb sagen wir ihnen ja auch immer nach so einer übungsaufgabe dass unsere sachen ein lösungsvorschlag ist wir vermeiden solche sachen wie musterlösung was ja in vielen anderen programmierkursen immer so dass das wort ist das ist die einzige lösung das ist irgendwie der gold standard wenn sie das nicht genauso programmiert haben wie wir das gemacht haben dann ist das falsch das stimmt alles nicht sie haben eine gewisse kreativität beim programmieren es gibt ganz sicher dinge die man ganz objektiv als falsch bezeichnen kann oder als schlecht bezeichnen kann aber nur weil sie es anders gemacht haben ist das noch nicht die schlussfolgerung kann trotzdem schlecht oder falsch sein und dann weisen wir sie darauf hin und helfen ihnen dabei das besser zu machen aber es kann genauso gut auch einfach genauso gut und besser sein nur weil es ein bisschen anders ausschaut deshalb was ich ihnen jetzt zeige ist wie gesagt meine vorstellung davon wir können da gerne darüber diskutieren man kann das anders machen aber ich glaube dass das so wie ich sie in meinem kopf mit zusammen gereimt habe vielleicht auch dazu hilft diese aufgabe zu verstehen was ich jetzt machen möchte ist ich möchte diese dieses konzept von den einheiten die umgerechnet werden auf das geht mir einmal erstmal um die einheiten an sich also sowas wie ein meter ein kilogramm eine sekunde das einfach ein konzept darstellt um eine bestimmte art von erscheinung oder phänomen zu messen und dann wenn ich das abgebildet habe möchte ich die konkreten werte abbilden ein meter ist ein wert das ist die ziffer oder die zahl eins zusammengesetzt mit einer bestimmten einheit nämlich meter und daraus wird dann ein ganz konkreter wert den ich irgendwie gemessen habe und den ich umrechnen kann also wir haben zwei ebenen wir haben einmal die einheiten und wir haben dann die konkreten werte die beobachtungen oder messungen auf der basis dieser einheit repräsentieren und wenn wir das so als trennlinie überlegen kommen wir glaube ich relativ schnell auch zu einer guten lösung was diese umrechnung angeht das dritte was ich noch immer im hinterkopf habe und was wir in der letzten woche auch schon angesprochen haben ist ja dass es diese standard einheiten gibt diese einheiten die sie aus dem physikunterricht aus dem schulunterricht allgemein kennen und die werden wir uns auch zu nutze machen denn wir werden diese ganze diese ganze umrechnung von in denen den einheiten um dieses konzept von so standard es ihr einheiten aufbauen es gibt für jede für jede quantity das wäre zum beispiel sowas wie masse zeit oder länge in unserem fall eine standard einheit wenn sie längen messen im internationalen bereich dann ist der meter der standard und sie können von diesem wert dann die anderen werte umrechnen also können können sie glaube ich ohne dass ich ihnen das zu weit erklären muss aus einem meter zentimeter berechnen kilometer berechnen und das konzept in unserer anwendung ist wir rechnen immer alles in sie in diese standard einheit um und von da dann in die entsprechend anderen einheiten das ist übrigens auch was was einige von ihnen in der in dieser challenge auch so implementiert haben was ich sehr cool fand dass sie das auch auf diese art und weise gelöst haben lassen sie uns mal da ein bisschen dran arbeiten und ich mache jetzt zu allerersten neues package auf in meinem code das nenne ich einfach vielleicht units und da kommt jetzt alles rein was eben nichts mit dem user interface zu tun hat was nur mit diesem konzept der einheiten umrechnung zu tun hat bevor wir uns mit den einheiten beschäftigen bilden wir ganz kurz die kategorien an einheiten ab des quantity heißt es glaube ich so im im englischen also was für kategorien an messen oder einheiten sind das eigentlich und ich habe schon angedeutet enums sind das ist die allzweckwaffe wenn sie irgendwie so eine abgeschlossene menge an möglichkeiten abbilden möchten innerhalb ihrer anwendung also sie haben einfach optionen oder sie haben jetzt in unserem fall kategorien und sie möchten irgendwie mit denen in code umgehen sie müssen sicher gehen dass sie an den stellen an denen sie die verwenden immer nur kompatible funktionierende werte auch dafür verwenden also dass sie nicht plötzlich irgendwie jetzt mit einer quantity arbeiten wie geschwindigkeit zum beispiel die in der app gar nicht vorgesehen ist und dann wird irgendwie das fragment nicht richtig initialisiert sie wollen so eine abgeschlossene liste an möglichkeiten haben und natürlich in java enums sind irgendwie die die beste möglichkeit oder wahrscheinlich die beste möglichkeit dafür das abzubilden ich mache jetzt mir mal so ein enum hier in dem package auf das nenne ich quantity enums können auch immer so ein bisschen konventionen wiederholen in java immer in singular definiert und wie klassen namen beschrieben enums sind ja nichts anderes als ja sehr einfache klassen wobei das fast schon nicht mehr stimmt weil sie mehr oder weniger alles irgendwie machen können was sie auch mit klassen machen können in java mal abgesehen von vielleicht bestimmten bereichen vererbungen und so was aber das enum kann methoden haben kann eigenschaften haben alles was man so von der klasse irgendwie erwartet passt hier auch rein an sich ist das aber erst mal eine liste von möglichen werten die sind innerhalb dieses enums konstanten deshalb werden die auch groß geschrieben und ich schreibe mir jetzt hier auf was ich so an quantities in meiner anwendung habe komma separiert time längs und maß dann weiß ich schon ich muss diese kategorien in meiner anwendung nicht nur im code verwenden um vielleicht bestimmte einheiten zuzuordnen oder festzustellen von was für einem typ jetzt eine bestimmte einheit ist ich muss bestimmt irgendwo auch diese diese inhalte mal im user interface darstellen oder vielleicht möchte ich auch nur auf eine andere art und weise vielleicht bei einer log ausgabe oder so die identifizieren können und deshalb ordne ich jetzt jedem dieser enum werte auch nochmal einen namen zu ich könnte das über diese werte auch machen also ich kann auch time längs maß aus dem enum auslesen aber ich möchte jetzt einfach spezifisch jedem dieser einträge nochmal einen spezifischen namen geben damit ich die in meiner anwendung an verschiedenen stellen benutzen kann und vielleicht mache ich das auch nur um ihnen nochmal zu zeigen was wie man eigenschaften in enum werte rein bekommt ich definiere jetzt in diesem enum eine eigenschaft eine öffentliche eigenschaft die ist auch final die möchte ich einmal im konstruktor setzen und danach immer nur auslesen und das soll ein string sein und den nenne ich name das ist der name von dieser quantity an einheiten und damit das gesetzt wird brauche ich einen konstruktor das public kann ich mir sparen weil der konstruktor von dem enum immer öffentlich sein muss ich übergebe als parameter einen namen und jedes mal wenn ein enum wert initialisiert wird wird dieser name in dieser eigenschaft die ich gerade eben erstellt habe eingetragen sehen sie das oben unsere enums plötzlich fehler schmeißen das hier können sie sich vorstellen als den konstruktor aufruf sie erstellen in dem enum quantity einen neuen eintrag time als konstante und jetzt hat aber das quantity enum ein konstruktor bekommen in dem ein parameter übergeben werden soll und dementsprechend müssen wir an dieser stelle auch diesen parameter in dieser enumerierten liste an werten eintragen und das machen wir uns jetzt ganz einfach ein längs und maß und natürlich könnte man jetzt hier sich irgendwie überlegen ob man das aus den ressourcen ausliest die man in der android anwendung abgebildet hat also das sind string ressourcen oder so aber lassen wir es mal hier an dieser stelle dabei weil wir ja vielleicht das ganze jetzt auch mal isoliert unabhängig von android betrachten möchten also so funktioniert es in auch in anderen java programm das können sie so übernehmen wenn sie jetzt irgendwie ein swing oder awt programm zum umrechnen von einheiten schreiben möchten okay das ist aber erstmal nur die erste schritt dass der erste schritt ist es die quantity also die kategorie an einheiten nächster schritt ich hätte gerne die ganzen einheiten die es in meiner anwendung gibt die würde ich auch gerne in so einer enumerierten liste auflisten und dazu mache ich mir das zweite enum auf wir sind immer noch auf der ebene der einheiten nicht der werte und ein zweites enum heißt unit ist auch ein enum dass ich mir in dem gleichen package erstelle und da liste ich jetzt alle sachen auf die es in meiner anwendung gibt zum beispiel sowas wie einen millimeter im englischen einen zentimeter einen meter natürlich was kann man mir noch in unserer anwendung ist ein bisschen bisschen dröge ich weiß gar nicht was ich erzählen soll während ich das irgendwie ein tippe vielleicht wird sogar schneller gehen wenn ich gar nichts dabei sage aber ich überlegt vielleicht geht es tatsächlich schneller weil ich da nichts irgendwie vergesse sie können ja mir in den chat schreiben wenn ich irgendwie was wichtiges vergessen habe gibt es tonne ist glaube ich keine si einheit kilotonne wäre wahrscheinlich eine si einheit deshalb lassen wir das mal weg weil ich mir nicht sicher bin und über eigentlich erstmal nur si einheiten verwenden möchten kilotonnes klingt irgendwie so als ob das eine die die ich habe ich weiß es tatsächlich nicht also ich weiß nicht ob es irgendwie eine vierte 1 ob seine 1000 kilogramm einheit im si gibt wahrscheinlich schon aber weil ich nicht weiß lasse ich jetzt weg ich möchte keine falschen sachen reinschreiben ich mache jetzt noch die einheiten für die zeit millisecond second minute und hour und das sind die einheiten die es in meiner anwendung gibt zu seiner einheit gehört jetzt aber ein bisschen mehr also auch hier wieder hätte ich gerne so einen label public final string label das ist irgendwas mit dem ich diese diese einheit beschreiben kann also zum beispiel wenn ich über millimeter rede würde ich gerne mm haben als zusätzliche information damit ich weiß was sich hinter einen wert von dieser einheit schreiben muss um den zu kennzeichnen das ist unser label und dann würde ich gerne für jede einheit auch wissen was ist denn das für eine kategorie an einheiten also ist das jetzt irgendwie eine einheit die für die länge für die zeit oder für die masse einen wert abbildet und dafür haben wir schon unser zweites enum nämlich quantity abgebildet und auch hier wieder brauchen wir jetzt einen konstruktor weil wir diese werte setzen möchten und jedes mal wenn ein wert tonne megagramm sie sich sicher sind können bis aufnehmen ansonsten lassen wir das erstmal an der stelle brauchen ja auch nicht so viele sachen wir können ja diese diese app übrigens beliebig irgendwie erweitern also das ist jetzt sowieso keine keine sehr nützliche auflistung von einheiten weil das umrechnen von metern in kilometern weiß ich nicht ob man eine app für braucht also ich glaube dass das kriegt jeder irgendwie selber in die interessanten sachen sind ja vielleicht irgendwie sowas wie meter in fuß und weiß ich nicht kilogramm in irgendwie empirische fund oder sowas oder stones das machen wir jetzt hier bewusst nicht weil wir es nicht zu kompliziert machen möchten jedes mal wenn so ein wert eingetragen oder erstellt wird übergeben wir einen label und wir übergeben eine quantity und die beiden sachen setzen wir dann auch auf diese final variablen die wir als instanz variabel mehr oder weniger für diese enum werte hier vorgesehen haben und jetzt natürlich auch hier wieder der fehlt der konstruktor aufruf in der enumerierten liste und wir sagen jetzt hier millimeter haben das label mm und haben die quantity längs und kopiere das jetzt mal ganz kurz copy & paste können wir das ein bisschen schneller editieren und dann haben wir hier masse 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 und hier haben wir time 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 und dann brauchen wir noch die labels zentimeter ist cm meter ist km Kilometer ist km Milligramm ist mg Gramm ist g Kilogramm ist kg Milliseconds ist ms s wo wir sitzen das offizielle label für minute ist es wirklich keine ahnung hoffen mal das stimmt so und das stimmt vielleicht auch weiß nicht ob man vielleicht lieber sowas machen sollte um das zu unterscheiden von den angaben machen wir es mal so wie es jetzt auch im chat vorgeschlagen wird wobei ich mir nicht sicher bin dass second zum beispiel so abgekürzt wird das müsste eigentlich ein s sein das heißt ja auch meter durch sekunde keine ahnung wir sind informatiker und informatikerin und keine physikerin das heißt wenn wir hier was falsch machen dann ist das glaube ich nicht so schlimm okay jetzt habe ich diese ganzen einheiten abgebildet und jetzt möchte ich gerne mich damit beschäftigen werte von diesen einheiten abzubilden also ich möchte jetzt nicht mehr nur über millimeter reden können und sagen können ich kenne dieses konzept eines Millimeters sondern ich möchte einen wert aus dieser einheit in meiner anwendung abbilden können und das umrechnen von werten das findet dann auf dieser ebene statt als ich brauche ein wert damit ich den in einen anderen wert umrechnen kann wir identifizieren diese werte anhand dieser units die wir jetzt gehabt haben aufgebaut haben und implementieren dann das konvertieren zwischen diesen einheiten auf der ebene eines ganz konkreten wertes und das erste was ich dazu mache ist ich baue mir so eine ganz grundsätzliche klasse die ist jetzt abstrakt die einen si wert also ein wert innerhalb dieses standardsystems für einheiten abbildet und dann spezialisiere ich von dieser klasse unterschiedliche unterklassen für die einzelnen units die ich hier aufgebaut habe und die idee ist dass diese klassen die wir jetzt anlegen so als art rapper um einen wert also einen numerischen wert dienen und diesen numerischen wert dann als konkreten wert eine dieser einheiten beschreiben das ist jetzt so die idee also wir bauen ganz viele rapper klassen mit denen wir dann werte von zum beispiel der einheit kilogramm oder der einheit second abbilden können das werden jetzt ganz ganz viele klassen sein aber sie werden sehen mit diesem konzept dahinter wird dann das handling relativ einfach werden weil wir schreiben dann an einer stelle die umrechnung mal rein oder schreiben an einer stelle vielleicht eine methode mit der wir alle einheiten für irgendwie die länge oder so uns ausgeben können und in dem eigentlichen user interface teil von unserer anwendung wird es dann sehr sehr einfach werden diese umrechnung zu implementieren oder zu verwenden die implementieren wie im rahmen von diesem paket was wir gerade bauen lassen das mal machen und ich trenne das jetzt mal so ein bisschen ab von dem was wir hier gemacht haben indem ich in dem units package noch mal ein neues package aufbaue das nenne ich rapper und da kommen jetzt die ganzen ja rapper klassen rein die wir innerhalb unserer anwendung brauchen und wie angekündigt fange ich mal damit an mir eine klasse zu bauen die jetzt erstmal ganz generisch einen si wert also ein si value abbildet sie nochmal das ist halt dieses standard system für einheiten diese klasse die werde ich niemals instanzieren ich werde immer nur die spezialisierten fassungen bauen also ich werde mir dann zum beispiel sowas bauen wie einen kilogramm wrapper oder einfach nur ein kilogramm und das ist eine klasse die auf dieser klasse si value basiert und die dann spezialisiert mit in unserem fall ganz konkreten umrechnungs möglichkeiten aber diese grundklasse si value die brauche ich eigentlich nicht also es gibt niemals irgendwie ein si value an sich es gibt immer nur einen spezifischen wert für zum beispiel ein kilogramm oder minute oder sowas deshalb lange rede kurzer sinn das machen wir abstrakt damit wir ganz sicher sind dass hier niemals irgendwie eine instanz von diesem wert von dieser klasse in unserer app irgendwo rum geistert was braucht so einen wert oder was braucht so eine si value es braucht einen numerischen wert das speichern wir in der eigenschaft value und wir brauchen ein indikator dafür um was für eine einheit es sich handelt das speichern wir in einer weiteren instanz variabel unit importieren die sachen die wir brauchen und setzen das beides in einem konstruktor und wenn ich das gemacht habe dann sprechen wir vielleicht mal ganz kurz darüber warum ich das jetzt hier wieder als final machen können sich ja schon mal überlegen warum hier an dieser stelle wieder so öffentliche eigenschaften mit dem feine modifikator verwendet werden während ich kurz ein bisschen die schreibarbeit mache und das dann auch fertiggestellt habe also haben sie irgendwie eine idee warum ich hier wieder mit so public finals arbeite erstmal was ist wahrscheinlich wieder irgendwie der technische hintergedanke also was mache ich was wie würde man dieses objekt vielleicht in bestimmten pattern oder so beschreiben und dann vielleicht warum benutze ich dieses konkrete pattern haben wir schon ein paar mal verwendet das public ist gar nicht so das zentrale was da wichtig ist das ist dann eher nur ein benefit den wir daraus ziehen aber dieses final untersetzen von den werten im konstruktor ist was was sie schon kennen aus einem anderen nicht aus anderen kontexten aber das kennen sie schon im rahmen von der objekt modellierung oder klassen modellierung dass man objekte auf einer klassen auf eine ganz bestimmte art und weise hinsichtlich der veränderbarkeit ihres zustands abbilden kann und dass das einen namen hat und das das anwenden von diesem prinzip in vielen stellen und mit den vielen situationen sehr viele vorteile für uns hat also sagt ihnen klickt da irgendwas erinnern sie sich an irgendein wort irgendeinen begriff können sie gerne mal kurz in den chat reinschreiben wenn wenn ihnen da was bekannt vorkommt in diesem ganzen kontext immutable sagt ihnen das noch was immutable so als konzept ist das dem 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 chat bekannt schreiben sie auch mal ja nein in den chat rein haben wir glaube ich schon ein paar mal angesprochen ja das sagt ihnen alles was also wenn sie irgendwie zwei sachen rausnehmen möchten aus dem kurs die mir am herzen liegen dann enums und immutables immutable immer wenn ich irgendwie objekte habe die vor allem dazu dienen zusammenhängende werte abzubilden also so einen ganz klar definierbaren state zustand haben dann kann man sich immer überlegen müssen die irgendwie veränderbar sein oder nicht und ganz häufig findet man wenn man programmiert und vielleicht komplexere software entwickelt raus dass es eigentlich sehr schön ist wenn sich objekte nicht mehr verändern können das ist so ein bisschen konträr zu dem was man so klassischerweise in irgendwie einführung in die objekte objekt orientierte programmierung lernt da geht es immer um irgendwelche objekte irgendwelche studenten studentinnen die man als java klassen abbildet und deren leistungspunkte sich ändern und die vielleicht irgendwie neue hauptfächer oder sowas bekommen aber in in der praxis ist dann häufig so dass man sich eigentlich wünscht dass so ein objekt wenn ich das mal initialisiert habe sich halbwegs wenig ändert zumindest diese basis objekte weil die kann ich dann viel schöner in meiner anwendung rumwerfen austauschen und ich muss mir keine sorgen machen dass sich da irgendwie der state ändert zu einem zustand den den ich nicht mehr vorhersehen kann oder der dann an einer anderen stelle zu irgendwelchen problemen führt deshalb immutable ganz häufig bei so klassischen objekten die nur der datenhaltung dienen ein sehr schönes feature was man umsetzen kann in java über diese final modifikatoren und dann einfach das setzen im konstruktor und wenn ich jetzt keine neue eigenschaft einfüge kann sich hier der zustand von meinem objekt einfach nicht mehr ändern ich kann den wert von seiner final variabel nicht mehr ändern und dann als dreingabe kann ich mir auch irgendwie getter und setter so halbwegs sparen weil dann mache ich die einfach öffentlich kann man die auslesen was man an dieser stelle ja auch tun soll und überschreiben kann man die eh nicht also das so als prinzip und warum hier in diesem fall immutable ich möchte immer einen ganz konkreten wert damit abbilden also ich schaue auf mein lineal dann steht irgendwie weil ich keine ahnung irgendwie meine tastatur ausgemessen habe 20 30 cm oder sowas und das ist der wert den ich festhalten möchte der verändert sich nicht mehr das ist das ergebnis von einer messung oder das ergebnis von einer eingabe und wenn ich nochmal was neues eingebe weil ich einen anderen wert umrechnen möchte dann ist das auch ein anderer wert das heißt ein neues objekt und die ursprüngliche beobachtung die ich jetzt irgendwie durch so einen messwert abbildet die wird sich nicht mehr ändern deshalb dieses immutable prinzip ich möchte hier noch zwei methoden vorgeben die jeder si value haben soll damit diese umrechnung funktioniert ich möchte nämlich dass jeder dass jeder si value selber eine methode implementiert die to base value heißt und die mir ein si value zurückgibt und zwar den basis wert von dieser kategorie an einheiten für den wert der hier an dieser stelle gespeichert ist was heißt das wenn ich einen si value habe der 100 100 cm abbildet dann möchte ich hier einen meter zurückbekommen das ist das prinzip von dieser methode jeder jeder si value den wir jetzt spezifizieren also kilogramm meter und so weiter ist selber dafür verantwortlich eine methode bereitzustellen sich selbst als die basiseinheit seiner kategorie abzubilden und an dieser stelle mache ich es mir jetzt einfach ich kann einfach mal und vertraute darauf dass die anderen klassen das überschreiben kann man vielleicht noch genauer machen irgendwie noch ein abstract hinzufügen man könnte irgendwie hier eine exception vielleicht schmeißen not yet implemented oder so aber belassen sie jetzt einfach mal bei dieser etwas lückenhaften implementierung eine zweite methode die jeder si value implementieren soll ist eine möglichkeit aus einem basis wert also aus zum beispiel einem meter den richtigen wert für die eigene einheit umzurechnen schreibt die methode kurz hin und dann sage ich was ich erwarten würde bei den konkreten implementierung wenn ich auf unserem meter auf unserem zentimeter hier diese methode aufrufen würde und hier ein si value übergeben würde der als value 1 hat dann erwartet dieser meter oder denkt sich der meter okay das ist ein meter meter ist meine basis einheit und ich gebe jetzt wieder zurück als ergebnis 100 zentimeter also die einheit zentimeter ist selber dafür verantwortlich sich in einen basis einheit umzurechnen und aus einer basis einheit den entsprechenden zentimeter wert zurückzugeben ist das halbwegs verständlich haben ich glaube wenn wir jetzt gleich mal sondern eine konkrete klasse implementieren wird es noch ein bisschen verständlicher aber das konzept an sich dass wir jetzt die einzelnen einheiten durch diese rapper klassen abbilden und jeder dieser rapper klassen selbst verantwortlich selbst verantwortlich die aufgabe geben sich um die umrechnung zu kümmern das passt ungefähr mal wenn es nicht so wäre ich zeige ihnen einfach mal wie es wie ich mir das vorstelle und dann wird es hoffentlich ein bisschen klarer ich brauche jetzt ganz ganz viele java klassen die werden alle relativ ähnlich ausschauen das heißt da können wir sehr schön mit 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 copy and paste arbeiten aber damit es nicht so ganz unübersichtlich wird mache ich mir in meinem wrapper package noch mal ein neues paket auf für zum beispiel die längen angaben dann mache ich noch ein paket auf für die zeitangaben und ein weiteres paket für die gewichte oder für die masse und dann erstelle ich mir mal in meinem paket für die länge die erste rapper klasse und das ist jetzt einfach nur ein meter und dieser meter der erbt von si value wenn ich den konstruktor aufrufe public meter dann übergebe ich nur noch einen wert und in dem konstruktor rufe ich den super konstruktor auf dem super und konstruktor übergebe ich den wert und ich übergebe dem eine einheit und sage es handelt sich um einen meter also was ist hier der zusammenhang wir haben in der basis klasse einen konstruktor definiert der wert und einheit braucht wenn ich jetzt einen konkreten meter abbilden möchte dann weiß ich schon welche einheit es ist und es reicht mir wenn der client also derjenige der die klasse verwendet als parameter nur noch den wert eingibt mein super konstruktor füttere ich dann immer mit diesem in umwert meter um zu sagen jetzt baue ich mir ein meter zu sein dann implementiere ich die beiden methoden und ich überschreibe die methoden to base value und wenn ich einen meter in den basiswert umrechnen möchte dann muss ich relativ wenig machen ich gebe einfach einen neuen meter zurück mit dem wert weil ein meter ist schon die basis einheit das heißt wenn ich aus einem meter die basis einheit umrechnen möchte dann ist das einfach der gleiche wert nochmal als meter hier muss das trotzdem implementieren weil ich alle einheiten gleich behandeln möchte später in meinem code und ich brauche diese methode das gleiche gilt dann für die zweite methode die ich überschreibe from base value und da gebe ich auch wieder einen neuen meter zurück und der meter wird auch wieder mit dem aktuellen wert von der basis einheit die jetzt hier übergeben wird implementiert also ich weiß hier steckt auch ein meter drin und dann ist einfach meter zu meter einfach der gleiche wert nochmal gepackt in so eine rapper klasse relativ einfach noch machen wir einen zweiten wert eine zweite klasse ich möchte jetzt gerne neben dem meter auch die zentimeter abbilden dazu auch wieder eine neue klasse in dem entsprechenden paket mit dem entsprechenden verweis auf die basis klasse si value mit unserem konstruktor public zentimeter wir brauchen nur den wert weil wir wissen ja es sollen in zentimeter dabei rauskommen rufen super konstruktor auf mit dem wert und mit der einheit zentimeter und was müssen wir machen wir implementieren die verschiedenen methoden um diese beiden umrechnungen in bezug zu der basis einheit zu implementieren wenn wir einen entweder ein zentimeter der einen bestimmten wert hat in seine ssi basis einheit umrechnen möchten dann brauchen wir einen neuen meter und jetzt wird super kompliziert wie rechnen wir aus einem zentimeter einen meter aus wir nehmen uns den wert den der zentimeter hat und teilen den durch 100 und das geben wir als meter zurück also ich habe hier irgendwie 115 zentimeter drin den wer teile ich durch 100 das ist dann 1,15 und das ist auch der meter wert den ich dann als ergebnis von dieser to base value methode zurückgebe wenn ich auf einem zentimeter das hier aufrufe dann kriege ich den wert in metern zurück und das ist einfach der wert durch 100 geteilt und das gleiche wieder from base value ich übergebe irgendeinen wert ich weiß das soll einen meter repräsentieren und ich möchte eine zentimeter repräsentation aus diesem wert von dem ich jetzt davon ausgehe dass es ein meter ist berechnen das heißt ich gebe einen zentimeter zurück ich schaue mir an was steht da drin für den wert base punkt value das ist der hier werte übergeben wird nochmal ich erwarte dass hier ein meter drin steckt und wenn er jetzt zum beispiel 1,15 drin steht dann werden das ja 115 zentimeter und das erreiche ich indem ich den wert mit 100 multipliziere und dann habe ich irgendwie eine wunderbare eine wunderbare struktur die ich jetzt ganz oft wiederholen kann wir können es ja vielleicht noch einmal zusammen machen für die für die restlichen elemente von diesem meter von diesem längen bereich also ich erstelle mir noch mal eine neue klasse für vielleicht die kilometer auch hier wieder extents s value und jetzt haben wir es uns ein bisschen leichter wir kopieren diesen teil wir passen den hier rein ändern das hier noch kilometer und die entsprechende einheit wenn wir aus einem kilometer die die meter angabe berechnen möchten dann ist es nicht mehr durch 100 sondern mal 1000 ein kilometer sind 1000 meter und wenn wir aus einem meter ein kilometer berechnen möchten dann geben wir als ergebnis von dieser von base value methode einen neuen kilometer zurück indem wir den meter wert durch 1000 teilen letzte einheit letzte wrapper klasse die wir für die länge brauchen wäre dann glaube ich der millimeter den haben wir noch nicht vorgesehen also auch noch mal eine neue klasse millimeter die wieder von s e value erbt wir kopieren wieder unseren code rein so ich ändere nur die stellen die eben anders sind ich brauche ein meter ich habe einen millimeter wert den berechne ich indem ich den millimeter wert durch 1000 teile 1000 millimeter müssten ein meter sein ja doch das müsste hinkommen und wenn ich in die andere richtung umrechnen möchte also aus einem meter den millimeter wert bekommen möchte dann gebe ich eine entsprechende wrapper klasse zurück und dann muss ich das ganze mit 1000 multiplizieren konzept jetzt ein bisschen verständlicher schreibe sie mal in den chat rein ob das ein bisschen verständlicher jetzt geworden ist ich mache jetzt das gleiche noch mal ganz kurz für die masseneinheiten und dann können wir vielleicht noch eine viertel stunde investieren also ein paar hilfsfunktionen zu schreiben und ich glaube da müssen wir einfach irgendwie noch mal einen termin finden also sorry dass es übrigens diese woche nicht funktioniert hat mit dem na mit der zusätzlichen mit dem zusätzlichen stream aber da gab es ein paar notfälle die gehandelt werden mussten ich mache jetzt mal das ganze für die für die masse noch mal das heißt wir stellen uns eine neue klasse kilogramm das müsste die basis einheit sein kilogramm und das mache ich jetzt nur deshalb weil ich mindestens zwei einheiten brauche um ihnen noch so ein paar hilfsmethoden zu zeigen mit denen das ganze dann wesentlich einfacher wird in dem user interface zu benutzen genau das kommt dann gleich also es gibt noch zwei methoden die wir brauchen um diese einheiten aufzubereiten für das für das user interface die können wir noch implementieren und dann wenn sie die haben dann ist es eigentlich nur noch werte hier auslesen diese hilfsmethoden verwenden und dann das ergebnis als recycler view inhalt anzeigen aber um ihnen das zu zeigen brauchen wir jetzt noch mal ein bisschen was an material deshalb erstelle ich jetzt hier nochmal schnell auch für das kilogramm meine klasse wieder mit einem value und einem super konstruktor der super konstrukte aufruft der den wert und den die einheit beinhaltet wenn wir daraus einen basiswert berechnen möchten dann ist es wieder beim kilogramm super einfach weil wir einfach ein kilogramm zurückgeben mit dem gleichen wert kilogramm ist ja schon die basis einheit also nochmal ich hoffe dass ich jetzt nicht irgendwie einen fehler mache aber ich glaube und ich bin mir relativ sicher dass für die längen angaben ja für die kilogramm angaben ja für die massen angaben kilogramm die si basis einheit ist und wir bauen uns dann noch die from base value methode die aber hier in diesem fall auch wieder super einfach ist die nämlich einfach nur den wert nochmal als kilogramm zurück gibt das kopieren wir uns und dann machen wir das ganze noch schnell für gramm und milligramm dann haben wir ein bisschen was an klassen mit denen wir arbeiten können gramm gramm extens si value ein bisschen größer copy and paste gramm und gramm kilogramm ähm in gramm oder gramm in kilogramm umrechnen ist einfach ähm wert in gramm dividiert durch 1000 und äh kilogramm in gramm umrechnen ist äh den kilogramm wert mit 1000 multiplizieren bleibt noch äh das milligramm das nehmen wir auch wieder als klasse milligramm ähm auch das erbt von si value wir kopieren wieder ein bisschen was das war falsch milligramm ist der konstruktor den wir gerne hätten wir wollen auch hier die unit milligramm nehmen wenn wir aus einem milligramm wert ein kilogramm wert berechnen möchten dann ist es glaube ich eigentlich dividiert durch eine million tausend mal tausend ähm müsste passen und äh aus einem ähm kilogramm den milligramm wert zu berechnen ist äh base value mal 1000 ähm hier an der stelle vielleicht noch ein hinweis wenn man jetzt wirklich mit äh nur metrischen ähm angaben arbeitet dann könnte man sich vielleicht überlegen ob man hier nicht anstatt irgendwie diesem umrechnungsfaktor den immer rein zu schreiben den vielleicht nochmal irgendwo abbildet ähm habe ich jetzt deshalb nicht gemacht weil wenn wir die zeit auch noch ähm verwenden würden wir äh ja wenn wir über sekunden ähm oder wenn wir über minuten und stunden reden dann nicht mehr in diesem äh rein dezimalen ähm umrechnungsfaktoren sind da sind wir dann ja ähm bei anderen ähm Faktoren wird es ein bisschen schwieriger das äh so abzubilden aber das wäre was was man hier noch spezialisieren könnte diese unterschiedlichen werte und dann für die sachen die vielleicht im metrischen system äh oder im dezimalsystem sind ähm dann diesen umrechnungsfaktor noch irgendwie in die klassenhierarchie reinbringt aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt an dieser stelle machen ähm was ich jetzt machen möchte ist noch ähm eine sache mit ihnen äh kurz implementieren und zwar habe ich jetzt ähm zwei mengen oder zwei zwei gruppen an java klassen mit denen ich ähm diese si values abbilden möchte und ich brauche so ein paar sachen augenblick ist gerade was nicht richtig eine minute ich bin gleich wieder bei ihnen okay ähm zwei sachen ähm die wir jetzt noch brauchen wir brauchen äh auf der ebene von dem si value noch so zwei hilfsmethoden mit denen wir dieses wrapping von den wert in ähm eine äh eine bestimmte einheit ähm implementieren können oder im an einfach eine stelle wo wir sagen können ich habe diesen wert und der soll durch diese einheit repräsentiert werden gibt mir bitte die entsprechende klasse zurück also das ist das was dann hier an dieser stelle passiert wir haben hier irgendwas was die nutzer oder nutzerin eingegeben haben wir haben hier ähm später irgendwas stehen wie zum beispiel kilogramm milligramm gramm gramm oder so und aus diesen beiden informationen möchten wir dann passenden wrapper bilden wir sagen wir nehmen wir irgendwie 2,5 oder in dem fall 0,5 und Gramm und ich hätte gerne einen wert der 0,5 als Gramm repräsentiert das müssen wir machen und ähm wir müssen dann ähm uns noch überlegen wie wir ähm so ein paar Dinge die wir häufiger machen müssen wie zum beispiel das umrechnen von einem Wert in alle kompatiblen anderen Werte also Gramm in alle anderen Masseneinheiten wie wir das vielleicht zentral implementieren sodass wir das dann nicht mehr auf der Ebene des User Interfaces machen müssen machen wir zuerst das leichte ich ähm ich implementiere in meiner SI Value Klasse jetzt zwei Hilfsmethoden mit denen ich ähm dieses Wrapping von einem bestimmten Wert in äh erstmal seinen SI Wrapper ähm implementieren möchte oder umsetzen möchte so brauche ich mir eine statische Methode äh die ich auf diesem auf dieser Klasse SI Value aufrufen kann das mache ich deshalb weil es geht jetzt um ähm das generieren von diesen spezialisierten Unterklassen von SI Value und zumindestens in meinem Konzept äh gehört das irgendwie gebunden an diese SI Value Klasse auch hier wieder äh wenn Sie es gleich sehen wird es vielleicht ein bisschen verständlicher eine öffentliche statische Methode die gibt mir einen SI Value zurück das wird aber nicht eine Instanz von SI Value sein weil das geht ja nicht die ist ja Abstract sondern das wird eine Instanz von einer dieser spezialisierten Klassen sein die wir gerade eben implementiert haben ähm die Methode heißt WrapValue die bekommt einen Wert übergeben und die passende Einheit das sind die beiden Informationen die sie später hier aus dem User Interface auslesen können was haben die Nutzer und Nutzerinnen eingegeben welche Einheit haben sie ausgewählt und ich möchte da jetzt für den weiteren Umrechnungsvorgang in meiner Anwendung äh zum Beispiel hier in Meter Zentimeter Kilometer und so weiter als Java Objekt zurückbekommen und das mache ich jetzt ganz einfach mit einem Switch Case ähm warum sind Enums so toll äh Teil 2 Enums können in Switch Cases verwendet werden wenn ich hier eine Einheit übergebe dann kann ich zum Beispiel sagen falls hier der Wert Millimeter übergeben wird ich switche über diese Unit drüber kann den Enum Wert direkt ähm verwenden dann gib mir doch bitte eine neue Instanz von meiner Millimeter Klasse zurück und benutze bitte als Input Wert diesen Value der hier übergeben wird wenn jetzt hier Kilogramm ausgewählt werden würde und hier Millimeter ausgewählt werden würde und hier 5 stehen würde könnte ich mir diese diese Messung oder diese Eingabe 5 Millimeter mit dieser Methode entsprechend abbilden und das muss ich jetzt wieder für alle ähm Elemente oder für alle Klassen machen die ich implementiert habe deshalb ein bisschen Copy and Paste ähm Millimeter äh Meter da ist einfach wieder der Austausch von Unit und Konstruktor das was wir hier machen müssen was haben wir da noch gemacht Millimeter Meter ähm ich mach es mal ganz kurz in der richtigen Reihenfolge sonst kommen wir hier ganz durcheinander Millimeter Zentimeter haben wir implementiert das heißt da können wir den entsprechenden Konstruktor aufrufen Kilometer haben wir auch implementiert äh Stanz von der Milligramm Klasse zurück Gramm haben wir implementiert da kriegen wir Gramm zurück und ähm wir haben auch implementiert das Kilogramm geben wir ein Kilogramm zurück und falls irgendwas anderes ähm eingegeben werden würde also falls wir aus irgendeinem Grund ähm eine Unit hier übergeben wir haben ja schon ein paar mehr ähm abgebildet als wir jetzt Rapper Klassen geschrieben haben dann geben wir einfach 0 zurück und ähm sind jetzt einfach an der Stelle mal so frei ähm den anderen ähm Stellen unseres Codes das Handling von dem Fehler zu äh übergeben aber jetzt haben wir so eine Methode die können wir jedes Mal aufrufen wenn wir aus einem Wert und einer Einheit so eine entsprechende Instanz der Rapper Klasse brauchen und was wir auch manchmal brauchen ist eine Methode ähm aus der wir ähm wenn wir den Basiswert kennen ähm ähm eine entsprechend andere ähm Einheit ähm generieren können also ich weiß zum Beispiel ähm der Nutzer oder die Nutzerin hat 5 Gramm eingegeben ich hab ja in der Gramm Klasse die Möglichkeit daraus dann den Base Value zu bestimmen Kilogramm nämlich und dann würde ich gerne ähm aus diesem Kilogramm ähm das ich als Basiseinheit kenne ähm entsprechend die äh anderen Größeneinheiten berechnen und äh baue mir jetzt damit das Ganze funktioniert eine weitere Rapper Klasse jetzt muss ich ganz kurz schauen wo ich war SI Value der ich einen Wert übergeben kann und eine Einheit und dann ähm daraus die entsprechende Basiseinheit mir erstmal generiere ich sage ähm ähm hier hast du einen Wert das ist ein Wert in Millimetern gib mir bitte äh dafür die entsprechende Basiseinheit zurück also wenn ich 5 Millimeter übergebe dann äh hätte ich gerne ähm ähm als äh Basiseinheit äh 0,005 ähm ähm Meter zurück ich hoffe mal das stimmt jetzt ungefähr also zweite statische Klasse in unserem äh äh in unserer SI Value äh Methode die öffentlich und statisch äh gibt mir wieder einen Wert zurück äh ein SI Value und heißt Wrap Base Value hier haben wir einen ganz normalen Wert also irgendeinen Wert über die Unit ähm ähm gerappt in die entsprechende ähm ähm in die entsprechende äh Basis äh äh in die entsprechende äh äh hier rappen wir jetzt auch wieder einen Wert ähm ähm und wir spezifizieren dessen Einheit nur möchten wir nicht einfach nur diese Wrapper Klasse zurückbekommen sondern wir wollen den Wert als seine Basiseinheit zurückbekommen der Aufbau ist wieder der gleiche wir switchen wieder über die Unit die wir hier übergeben und wir schauen uns zum Beispiel an wenn ein Millimeter äh übergeben wird was machen wir dann ähm wir haben hier eine Methode implementiert from Base Value in dem Millimeter die ähm wenn wir den Wert zurück äh geben ähm 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 uns eine Millimeter Instanz zurückgeben äh zurückgibt die ähm ähm wenn das hier ein Meter ist die entsprechende Millimeter Repräsentation ähm ähm uns als Instanz dieser Klasse zurückgibt jetzt haben wir an der Stelle ähm so einen kleinen Fehler gemacht oder was heißt ein Fehler gemacht ich hab hier ähm ähm eine Methode implementiert die an die Instanz der Millimeter Klasse gebunden ist das ist keine statische ähm Methode jedes dieser Millimeter Objekte hat wenn sie so wollen diese Methode selber in dieser Methode passiert aber nichts was mit dem konkreten Objekt mit der konkreten Instanz auf der ähm diese Methode aufgerufen wird zu tun hat also es ist völlig egal ob ich hier diese Methode ähm diese ähm diese from Base Value Methode ähm auf einem Millimeter Objekt aufrufe das gerade den Wert 5 hat oder auf einem anderen Millimeter Objekt aufrufe das den Wert 1000 hat das spielt keine Rolle ich kriege jedes Mal das gleiche Ergebnis zurück ähm ich erzeuge eine neue Klasse eine neue Instanz von der Millimeter Klasse und ich schaue mir nur den Parameter an der Kontext indem ich diese Methode aufrufe nämlich dieses Objekt Millimeter das spielt keine Rolle das kann ich mir jetzt zunutze machen indem ich ähm hier an dieser Stelle ähm ähm oder was heißt zunutze machen damit das funktioniert ähm erstelle ich mir ein neues Millimeter Objekt initialisiere das mit dem Wert 0 ist mir völlig egal was da drin steht ähm ich rufe dann darauf die from Base Value Methode auf übergebe den Wert den ich hier vergessen habe einzugeben und kriege dann die Basis Einheit äh die Millimeter Repräsentation von diesem Wert als korrespondierende Basis Einheit zu äh der Kategorie oder der Einheit Millimeter zurück warum ist das nicht so toll ähm ich verwende hier eine Objekt eine Instanz Methode so wie man eigentlich eine statische Methode verwenden würde das wäre viel schöner wenn ich sagen würde Millimeter ähm einfach nur als äh Klasse ähm ohne dass ich eine Instanz erzeuge ähm gebt mir bitte äh für äh einen bestimmten Wert ähm den ähm der in unserem Fall Millimeter dann wahrscheinlich einen Meter repräsentiert ähm den Millimeterwert zurück warum kann ich das nicht machen ähm warum kann ich die nicht statisch machen weil ich mich irgendwann dafür entschieden habe dass ich ähm in dieser SI Value Einheit ähm die Methoden vorgebe die jedes dieser ähm dieser spezialisierten Klassen haben soll ich möchte einfach sicher gehen dass ToBaseValue und FromBaseValue in jeder dieser Klassen vorhanden ist weil jede dieser Klassen selber diesen Umrechnungsvorgang implementieren soll mal 1000 durch 1000 und so weiter und ich kann keine statischen Methoden vererben das geht in Java einfach nicht das heißt ich habe hier ähm einen Tradeoff gemacht ich muss diesen komischen Umweg gehen wenn ich ähm eine ähm eine Millimeterinstanz erzeugen möchte und nur den Basiswert habe und das ist ein Prinzip was ich brauche in meiner Anwendung weil ich ja immer die Einheit die der Nutzer oder die Nutzerin eingegeben hat in den Basiswert umrechnen kann und dann für alle anderen Einheiten aus diesem Basiswert die entsprechenden korrespondierenden Werte also wenn ich weiß dass der Nutzer die Nutzerin Millimeter eingegeben habe rechne ich den Millimeter in den Basiswert um und aus dem Basiswert berechne ich dann Zentimeter, Meter und Kilometer und zeige die im User Interface an damit das funktioniert brauche ich irgendwie eine Möglichkeit wie ich ähm aus einem Basiswert die entsprechende konkrete Instanz erzeuge ähm schöner wäre es wenn das eine statische Methode wäre also wenn ich die Millimeterklasse fragen könnte gib mir bitte eine Instanz von dir zurück auf der Basis von diesem Meterwert das funktioniert aber wie gesagt nicht weil ich diesen Tradeoff eingegangen bin ähm dass ich die Methode ähm ausgehend von der Oberklasse SI-Value definieren möchte und dann vererben möchte und jede äh spezialisierte Fassung von SI-Value die entsprechend ähm die entsprechend überschreibt und dann ihr eigenes Verhalten dafür äh angibt das geht leider nicht mit statischen Methoden ähm ich könnte vielleicht irgendwie mit Interfaces arbeiten also zu sagen dass es vielleicht sowas gibt wie einen SI-Compatible-Value aber dann wäre die Frage wo ich dann diesen Rest irgendwie äh implementiere weil diesen Konstruktor mit den beiden Eigenschaften der macht ja schon Sinn an dieser Stelle äh und deshalb habe ich das bewusst an dieser Stelle einfach so gemacht ich bin mir dann im Klaren darüber dass das hier an dieser Stelle vielleicht nicht so toll ist weil ich ein leeres äh Objekt erzeuge nur um dann eine Funktion zu nutzen die eigentlich ähm auch statisch implementiert werden könnte aber das bin ich jetzt an dieser Stelle ähm einfach mal eingegangen diesen Tradeoff trotzdem äh können wir das verwenden und äh wir können hier wieder Copy & Paste ähm ganz häufig verwenden ähm Moment das hat nicht geklappt wir kopieren das nochmal und wir machen jetzt hier wieder das gleiche äh wir erzeugen uns ein leeres Zentimeter Objekt und rufen dessen Implementierung von der Konvertierung aus einem Base Value auf und geben das Ergebnis zurück dann machen wir das gleiche für den Meter und äh was haben wir noch wir haben Milligramm implementiert oh Kilogramm vergessen Kilogramm äh Kilometer natürlich Kilometer wir haben Milligramm wir haben Gramm und wir haben Kilogramm und wenn wir wieder irgendwas übergeben was nicht passt dann geben wir null zurück diese beiden äh was haben wir da Fehler diese beiden Methoden die können wir jetzt wenn wir möchten noch verwenden um ähm ein paar äh Hilfsmethoden zu implementieren aber ich glaube das verschieben wir jetzt einfach mal auf die nächste Sitzung das sind jetzt eh schon ganz viele Leute glaube ich in andere Veranstaltungen äh entschwunden deshalb würde ich an dieser Stelle einfach mal pausieren ähm ja da müssen wir jetzt ganz viel hin und her kopieren ähm wahrscheinlich gibt es irgendwie eine ganz tolle Möglichkeit das automatisch generieren zu lassen ähm aber manchmal geht das ja mit Copy & Paste auch ganz schnell ähm und wenn man nicht dabei reden muss dann geht es sogar noch schneller äh ok aber wie gesagt an dieser Stelle machen wir jetzt einfach mal eine Pause ich nehme mir auf jeden Fall vor dass wir ähm nächste Woche noch einen Termin finden das nachzuholen ähm wahrscheinlich dann einfach am Montag ähm 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 späten Nachmittag wieder so um 5 oder so ähm und dann beenden wir das auch wirklich ich zeige ihnen dann noch wie sie das Ganze mit dem User Interface verbinden ähm und äh dann haben sie da auch nochmal eine äh äh ein Beispiel für eine etwas komplexere Anwendung ähm ähm oder für zumindest eine etwas komplexere äh äh Codestruktur ähm ähm was ihr dann vielleicht wieder auf das Projekt auch ein bisschen vorbereitet ähm also ähm ähm brechen wir das für heute dann an dieser Stelle ab danke für die Aufmerksamkeit danke für das äh äh Zuhören bis zum Ende ähm ähm haben sie noch ein schönes Wochenende ähm denken sie an die ganzen Sachen bezüglich Projektvorbereitung und äh äh Klausurvorbereitung die ich ihnen am Anfang gesagt habe wenn sie uns einen großen Gefallen tun möchten nehmen sie an der Studie von Tim teil und äh schauen sie sich jetzt dann gleich im Ilias vielleicht direkt auch mal das Übungsblatt an und machen sie sich da vielleicht auch schon ein paar Gedanken bis dann wahrscheinlich Montag und auf Wiedersehen mit MDR zu